Letztes Spiel für BVB, Reus im Finale auf der Bank. Am Wochenende stand für den BVB ein bedeutungsvolles und emotionsgeladenes Spiel an. Es war nicht nur wegen des Finalcharakters spannend, sondern auch, weil es das letzte Spiel von Marco Reus für Borussia Dortmund sein sollte. Das BVB-Urgestein saß jedoch überraschend auf der Bank, was für viele Fans und Experten in der Fußballwelt eine tiefgehende Diskussion auslöste. Eine Karriere voller Höhen und Tiefen. Marco Reus, der seit 2012 für Borussia Dortmund spielt, hat in seiner Karriere zahlreiche Höhen und Tiefen erlebt. Von der Entdeckung als Fußballtalent bei Borussia Mönchengladbach bis hin zu internationalen Einsätzen für die deutsche Nationalmannschaft war Reus ein unverzichtbarer Spieler für die Dortmunder. Seine Verletzungsanfälligkeit hat jedoch oft seine Karriere beeinträchtigt und ihm mehrfach die Möglichkeit genommen, auf der internationalen Bühne zu glänzen. Zu den größten Erfolgen in seiner Vereinskarriere zählen mehrere Pokalsiege und das Erreichen der Champions League Finale im Jahr 2013. In all diesen Jahren blieb Reus dem Verein treu, auch als er Angebote größerer Klubs aus Europa vorliegen hatte. Sein Abschied in einem solchen wichtigen Spiel von der Bank aus zu verfolgen, wirkt daher für viele seiner Fans wie ein trauriger Abschluss einer prägenden Ära. Trainerentscheidung sorgt für Diskussion. Die Entscheidung von Trainer Edin Terzic, Reus für das letzte Spiel seiner Karriere beim BVB auf die Bank zu setzen, war sicherlich keine leichte. In einer Pressekonferenz erklärte Terzic seine Entscheidung damit, dass er die stärkste mögliche Mannschaft aufstellen wollte, um die besten Chancen auf den Titelgewinn zu haben. Trotz dieser Erklärung bleibt für viele Fans und Analysten ein fader Beigeschmack. Es war eine der schwersten Entscheidungen meiner Karriere als Trainer. Aber der Erfolg des Teams steht über allem, auch wenn es schmerzt, einen solchen Spieler wie Marco außen vorzulassen, sagte Terzic in der Pressekonferenz, quellekicker.de. Experten wie Matthias Sammer und Lothar Matthäus äußerten Verständnis für Terzics Entscheidung, obwohl auch sie anerkannten, dass dies für Reus persönlich eine bittere Pille sein muss. Reaktionen der Fans und Mitspieler. Die Reaktionen der Fans waren gemischt. Auf den sozialen Medien zeigten sich viele Anhänger verständnisvoll, während andere ihre Enttäuschung nicht verbergen konnten. Ein Fan schrieb auf Twitter, Marco hätte es verdient, auf dem Platz zu stehen und nicht auf der Bank. Egal wie das Spiel ausgeht, er ist und bleibt eine Legende. Mitspieler wie Mats Hummels und Emre Khan äußerten sich ebenfalls zu der Entscheidung. Hummels sagte, Marco ist ein großartiger Spieler und wird immer ein Teil dieser Mannschaft sein, auch wenn er heute nicht auf dem Platz steht. Emre Khan ergänzte, wir wollen den Titel auch für ihn gewinnen. Dass er nicht spielt, ändert nichts an seiner Bedeutung für das Team. Fazit und Ausblick. Egal wie das Spiel ausgeht, für Marco Reus endet eine Ära. Sein Abschied wird nicht nur bei Borussia Dortmund, sondern in der gesamten Fußballwelt eine Lücke hinterlassen. Viele hoffen, dass Reus dem Fußball erhalten bleibt, sei es in anderer Funktion im Verein oder als Botschafter. Fans wie Experten sind sich einig, dass Reusses Einfluss auf den Verein und den deutschen Fußball nachhaltig sein wird. Diese emotionsgeladene Geschichte zeigt einmal mehr, dass der Fußball nicht nur aus sportlichem Ehrgeiz besteht, sondern auch aus persönlichen Geschichten und dem menschlichen Faktor, der oft im Hintergrund bleibt. Marco Reus hat dies in seiner Karriere immer wieder unter Beweis gestellt und wird zweifellos als eine der Legenden des deutschen Fußballs in die Geschichte eingehen. Autor Anita Farke. Datum Sonntag, 2. Juni 2024.